Oh mein Gott, wir haben noch einen Schwarz in der Mitte jetzt. Blumenwasser. Wir haben zwei schwarze Glatzköpfe in der Mitte. Ich hoffe, Legs ist totes. Ich hatte auch welche, die sind weg. Harry hat mir Legs-Aids gegeben. Ja, bei mir sind sie weg. Du hast aber irgendeine Pest auf mich übertragen. Ja. Komm, 12. S. Oh mein Gott. Ich kann kaum spielen. Das sind zu viele. Ich kann nicht spielen. Ich bin intern. Ich bin intern. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht wieder ein bisschen. Jetzt nicht wieder. Jetzt wieder. Er springt immer hin und her. Manchmal ist Nuskott, heißt der einfach. Was? Gollum. Der Gollum ist auch dabei. Marco Polo. Nuskot, das Zahnfleisch, aber ist gut. Also, dass sieben Leute da dran stehen, aber keiner... Sicher geklärt. Ich hab da nix gezogen. Alle Mann decken den. Warum muss der Kleinst den decken? Ich hab Legs. Ich hab Legs. Was ist das im Ball? Oh nein, die Legs. Ich hab Legs. Ich kann kaum spielen. Ich auch. Digga, beide Teile sind oben rot. Ja, bei mir auch. Und wenn Eis nicht rot ist. Ich stehe. Hä? Kann ich jetzt nach vorne? Jetzt halt jetzt. Boah, wohin? Oh, vorne. Vorne, aber, well. Okay, Mr. Langbein-Ficker hat gerade den Ball aus der Luft gezwirbelt. Jetzt geht wieder alles, oder? Tischer Lauf, ja. Die Legs beeinflussen einfach meine Passrichtungen. Hast du? Kleiner Monogramm? Oh nein. Das war wieder ganz knapp. Was hat Tiger versucht? Tiger? Also bitte, wenn ich einen Lauf hinter dir mache, Felix, dann spiel doch einfach den Spieler an, Ja, wenn du was sagst, dann spiel ich dich vielleicht auch an. Digga, wenn du auch einfach mal hinguckst. Ja. Aber wenn da, wenn ich von zwei Leute, wenn vor mir zwei Leute stehen und du ziehst aus und vorbei, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann weg ist. Boah, so groß. Was machst denn du? Wir haben mehr Meter machen. Den wollte ich, hä? Ich mach extra den Laufweg. Weckspiel. Die Rühle, so ne Macht. Langer Ball! Na. Ja, 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 ja. Er schleicht die Außen. Timo Schreiner ist immer da. Passt doch einfach zu mir, Digga, und passt dich nicht aus der Halbtrieung. Hinten rum. Spass, Digga. Ja, Spass, Alter, halt auf den Scheiß. Hallo. Jawohl. Ja, schön. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, von hinten holt ihr mich, oder? Ich glaub's auch wieder. Mach die Meter, mach die Meter, Blumenvase. Ja, Blumenvase, komm! Was? Was? Wer die ganzen Spieler wieder spielt, ne? Mann. Das war die Chance. Munter putzen, weiterspielen. Ich drücke zur Seite, zu Blumenvase, er spielt ihn nach hinten. Ich drücke nach vorne, er spielt ihn zur Seite. Stark. Wohin, ah! Äh, nicht dahin. Hat geklappt. Spiel ihn doch, Geister! Da ist ein Doppelpass-Spiel von unserem Spiel-Master. Wir zahlen mal alle eure Schnauze. Ich ignorier schon, was der Idiot sagt. Wir teilt alle einfach euer Maul, Alter. Und noch einmal so... Kann ich den Verein rauswerfen, wenn ich möchte? Wenn ich von beiden irgendeine Scheiße... Ja, wenn ich von beiden irgendeine Scheiße gehe mal raus, Alter, dann... Könnt ihr zusehen, wer was hochlädt. Ist okay. Weniger als hätte ich mit... 3.000 AP. Ich habe zwei... Ja, irgendwie ist der Ereignislose Spiel, das... Ja, irgendwie... Es passiert nichts. also ich glaube das jetzt nicht mindestens unentschieden spielen also wäre ein arsch ne ich glaube wir müssen gewinnen wir können ja der lauf von jumbo als sechser mit einem tap in die ganze arbeit schau mal spielt den geilen weil rüber und dann ja alles kommt jetzt ja zweiter posten der große bloß ich noch mal wieso geht er nicht rein ich habe 0,5 erwartet hoch also wenn wir da hier keine drei punkte holen ist einfach die defensive stabilität ich reingebracht habe ja ja weil kein angst über rechts kam keiner kam ja wahrscheinlich weil du da stand ist du bist du bist du bist rafael guerrero mit den attributen von 3 ist und dann erwarten ich bin der verkrass nein weil geräusche es ist einfach ein mülleimer weil der gott sei dank haben wir ja so gekauft ja eigentlich schon bei dort uns der 2016 und seit 2019 ist er 2020 sagt kacke noch spielte überhaupt noch nö der wald gibt nein und gebencht der wixer so verdient ja nur wegen fifa aber in real life spielte sowieso ein zwölf charakter denkt er muss linker flügel auf der links verteidiger position spielen und verteidigt dann kein mal krasser spieler hat jetzt einfach gerade der eckball gekostet ja ich hatte ich einfach durchgelaufen und hatte das spiel müssen so ein bisschen zu kommen jetzt direkt weil der sitzt für das zweite der ist größer sich was aber jetzt stimmt 6er jubo ist nicht so groß nur 6 4 1,94 Nur Digga, nee, oder? Nee Ey, wer war das? Der wird gewennt, Alter Das war Rübel Unglücklich gelaufen, glaube ich mal Ich sag ja, massiger Körper ist nicht immer vervorteil Ja, mein Welt ist verstanden Warum drehst du denn da? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß Echse, mach's wieder gut Da ist er Das war gerade keine gute Performance von Rübel Jetzt weckt sich der Triner Ja, wie wollen wir denn ersetzen? Gar nicht Das ist unersetzbar Ja, ja, ja Ja, ich bin doch da Seitenwechsel Jetzt hat Oh, mit Gefühl Schade Boah, Alter Progo Bonito Zweiter Deiner Hat sich gehalten Da war noch jemand dran Ja, wir sind schon besser Ja, wer geht Ja Jawoll Sag nochmal, ich bin kacke Hä? Ach, so dein Ball, Alter Zack, in den ersten Pfosten Der Vertreideger, die haben extra Vertreideger an den Innenpfosten Der Typ ist einfach gar nicht gesprungen Der hat Angst vor dem Ball Boah Jawoll passt schon jungs alle mit nach hinten jetzt die defensiven meter einfach machen wo es da kommt ja schönes ticca schöne drehung haben wir und defensiv mitmachen jungs ich mache aus nicht auch außen egal schön jumbo auf der 6 wieder reaktiviert habe lex ich habe lex kommt das dritte kommt schon mal werfen motor wieder nach hinten an zack 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 alle mit nach hinten alle arbeit mit nach hinten schöner langer schöner langer schöner langer mach einfach meter mach einfach meter zeit spielen ja nach innen jetzt hat wasser nicht weit genug war wasser nicht weit genug vorne deswegen meiner nach hinten nach hinten nach hinten nach hinten alle nach hinten schön das ist der modell das ist der modell Wumme, Wumme! Ja, schlecht von mir, sorry. Schön! Ja, 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 ja! Ist okay, ist okay, ist okay! Alle die Mitte nach hinten machen! Ja, 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 Defensive! Ja, guter Einsatz! Ich latsche dich auf! Fick ihn! Ja, und weiter, und weiter! Ja! Wichtig! Das ist Einsatz! Und weiter so, und weiter so! Ja, Ball gewinnen! Ah, scheiße! Jawoll! Boah, schön! Da hab ich einen Minuspunkt bekommen, hä? Schön, Eichlad, wir gewinnen die Bälle hier gerade! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Genau so, genau so, genau so! Ich bin da, ich bin da! Ich bin außen! Ja, ein Foul rausgeholt! Oh nein, oh nein! Nicht schießen, einfach reinflanken! Wahrscheinlich schießt der jetzt hinter, oder? Also, wenn der jetzt hinter schießt, ne? Und alle nach hinten! Alle nach hinten! Jeder macht diesen Lauf! Oh! Aufkehlen! Ja, Foul! Foul! Unser Rahr! Ja, ja, Schießrichter! Genau! Zuhörn! Achso, achso, ja! Nevermind! Ich bin hier frei! Boah, wie lange geflonkte! Alter! Und alle! Und alle! Habe ich! Und nach vorne! Ja, 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 ja! Die Zeit von der Uhr nehmen! Die Zeit von der Uhr nehmen! Abseits! Abseits! Bleib weg! Hä? Ist doch weggeblieben! Hab ich! Ja! Und verletzt! Jungs, okay! Dafür sind wir jetzt! Einfach laufen! Bis auf Mittag! Ja! Wichtig! Den muss der Mann! Gut, Jumbo! Ja, ja! Alles okay! Alles okay! Jetzt auch einfach für die Rote arbeiten! Gollom! Hat sich verletzt! Gollom! Einfach gollom! Gollom einfach! Wach bleiben! Wach bleiben! Ja, ja, wach bleiben! Abseits! 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 Da ist nix! Da ist nix! Jetzt einfach toller Vorstoß! Alle nach hinten! Alle nach hinten! Alle nach hinten! Komm nach vorne! Der will decken! Der will decken! Der will decken! Ja, weil alle hinten bleiben! Ja, ja, ja! Das nimmt Zeit von der Uhr! Ja! Ja! Mach den Deckel drauf! Mach den Deckel drauf! Ja! Zwei Tap-Ins! Ja! 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 Und alle wieder nach hinten. Ja! Das ist eine richtige Teamleistung. Das ist auch die Höhe.